Am 13. Januar wird im Basuland ein neuer Kultur-Event ins Leben gerufen. Das Kultur-Ideen-Vermittlungs-Bad tut uns die Tage selber vorstellen. Also, wir sind das Kultur-Duo, Barbara Preuslich und Herrn Sporn. Und wir organisieren am 13. Januar, am Sonntag, am halben Elf am Morgen, das erste Gipfeltreffen im Neuen Theater in Dornach. Das Gipfeltreffen heisst so, es gibt Kaffee und Gipfel gratis und es gibt Talk und Kultur. Das heisst, wir sprechen dreimal im Jahr, das erste Mal am 13. Januar, mit interessanten Gästen aus der Region. Und wer kommt, das sagt jetzt Barbara. Jawoll, also erstmal beim Talk. Die Gesprächspartner sind Martina Rutschmann und Ernst Sporn. Stefanie Eimann ist dabei, über die freuen wir uns sehr. Die Chefin der Verkehrspolizei Basel-Land, Florian Schneider, Schauspieler und Sänger aus dem Basel-Beat. Vivian Bieger aus Rheinach, Co-Präsidentin von Maro Basel für Blutstammzellen spenden. Eine ganz interessante junge Frau, die noch ganz viele andere Sachen im Petto hat. Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste. Und zwar der Eintritt ist gratis und Kaffee und Gipfelchen geht es auch kostenlos. 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 Vielen Dank.